Ihr merkt schon, heute ist es eine etwas andere Location. Ich will das Ganze mal jetzt hier mit dem Greenscreen im Hintergrund ausprobieren. Und deswegen auch das allererste Mal ein Video auf diesem Kanal, meine ich hier im Stehen. Ja, eine große Premiere. In diesem Video geht es aber einfach um folgende Frage, beziehungsweise ich stelle euch nicht mal mehr die Frage, ob ihr euch das jemals wirklich vorgestellt habt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich jeder da draußen, jeder von euch, der auch nur irgendwann mal den allerersten Jurassic Park Film gesehen hat, wird sich schon mal die Frage gestellt haben, wie würde dieser Park eigentlich aussehen, wenn er wirklich geöffnet worden wäre? Beziehungsweise, wie hätte John Hammond das Ganze weitergeführt? Denn es gibt ganz klare Indizien, Fakten und Hinweise darauf, was mit dem Jurassic Park passiert wäre, wenn die Katastrophe, die wir eben in Jurassic Park 1 sehen, nicht geschehen wäre. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Ich weiß wirklich nicht, warum ich nicht schon wesentlich früher auf die Idee gekommen bin, so ein Video zu machen, denn ich gehöre noch zur Generation Jurassic Park Operation Genesis. Ich weiß, ich habe bereits ein Videospiele-Ranking über meine Lieblings Jurassic Park und Jurassic World-Spiele für euch gemacht. Das Video habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, wenn dich meine Meinung dazu interessiert. Dabei ist Jurassic Park Operation wesentlich besser weggekommen als die Jurassic World Evolution-Spiele. Das liegt ganz einfach daran, ey, was soll ich machen? Nostalgie, ich verbinde eben sehr viel mit dem Spiel und ich bin der Meinung, dass Jurassic Park Operation Genesis auch den Fokus auf die Dinosaurier wesentlich besser gelegt hat, als es die Jurassic World Evolution-Spiele machen. Nicht aufregen, das ist nur meine Meinung dazu, du kannst gerne andere Meinungen haben. Warum ich jetzt auf diese Spiele zu sprechen komme, ist ganz einfach. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal versucht, sich seinen eigenen Jurassic Park nachzubauen oder irgendwie den Jurassic Park aus dem Steven Spielberg-Film nachzubauen und dann zu simulieren, wie dieser Park wohl hätte aussehen können, wenn er wirklich existiert hätte. Hierbei sehen wir uns einfach mal an, was Michael Crichton, also der Erfinder des Jurassic Park-Romans, selber dazu gesagt hatte, was er sich denn für eine Illusion eines fertigen Parks gemacht hatte, den es so nie gegeben hat. Crichton war bei seiner Aussage zwar ein bisschen zurückhaltend und hat wenig Informationen preisgegeben, aber ich glaube, das ist eigentlich schon relativ klar, was er damit gemeint hatte. Crichton selbst beschrieb den Jurassic Park in seiner Vollendung, nämlich als eine Mischung aus Zoo und Themenpark, also quasi als hätte man den Opel Zoo zusammen mit dem Europa-Park vermischt. Das würde also Dinosaurier geben, die man begutachten könnte und mittendrin oder etwas weiter außerhalb würde es auch Achterbahnen geben oder Heißluftballonfahrten, also quasi das, was wir auch in Jurassic Park Operation Genesis oder eben auch in Jurassic World Evolution später hinzufügen können. Eine der zahlreichen Attraktionen, die der fertige Jurassic Park hätte geboten, sehen wir zum Beispiel auch im ersten Jurassic Park-Film. Das wäre nämlich einmal die Tour, die unsere Hauptfiguren durch den Jurassic Park bekommen. Das wäre wahrscheinlich so die Standard-Tour, die erstmal jeder mitmachen wollen würde, ich definitiv auch, denn da werden wir einmal komplett durch den Park hindurchgeführt und sehen alle Dinosaurier-Spezies, die eben im Park, naja, eben ausgestellt werden. Wenn wir jetzt schon bei dem Punkt angekommen sind, schauen wir uns doch mal an, welche Dinosaurier-Arten wir in den Filmen sehen, welche in den Filmen offiziell dabei sind oder auch die Spezies, die eventuell noch dazugekommen wären und die wir anhand von Dokumenten, von Aussagen, von Interviews uns jetzt dazu dichten können. Gesehen haben wir in dem Film Jurassic Park, und ich versuche das Ganze jetzt mal hier chronologisch einzublenden, den Brachiosaurus relativ zu Beginn. Das war der allererste Saurier, den wir jemals gesehen haben, wirklich in Aktion, der auch damals das CGI präsentiert hat, wie super cool das ausgesehen hat. Und wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, ob dieser Brachiosaurus hier derselbe ist, der auch in Jurassic World 2 Fallen Kingdom stirbt, da habe ich dir auch ein Video dazu gemacht, das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt, kannst du da gerne mal draufklicken, auch hier gibt es eine ganz klare Antwort mit dazu. Außerdem sehen wir in derselben Szene, nur eben ein bisschen später, als wir dann die Herde der Dinosaurier unten am Wasserloch sehen, auch die Paricephalosaurus dort Wasser trinken und eben grasen. Die Velociraptoren werden kurz darauf schon angeteasert, als die dann eben mit der Kuh gefüttert werden. Und ich glaube, die sind auch mitunter das Highlight des Films. Man könnte sich jetzt streiten, ey, T-Rex oder Velociraptoren, was ist euer Highlight? Vielleicht sogar der Dilophosaurus, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich habe ihn eben gerade schon erwähnt, den Dilophosaurus, den haben wir natürlich auch im Film noch gesehen. Im Buch war es eine erwachsene, wesentlich größere Art. Hier haben wir einen etwas kleineren Dinosaurier gefunden. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, was ich dir ebenfalls mal in der Beschreibung unten verlinkt habe. Da geht es eben darum, warum der Saurier in den Jurassic Park und World Filmen immer so klein geblieben ist. Und da gibt es einen ganz plausiblen Grund dann dazu. Des Weiteren haben wir den Tyrannosaurus Rex, das inoffizielle Maskottchen der Jurassic-Reihe generell, der auch für viele der Lieblingsdinosaurier ist. Ich weiß, inzwischen haben wir ja so viele gewaltige, brachiale Saurier, wie den Dominus Rex, den Spinosaurus, den Gigantosaurus. Dass es immer wieder schwer wird, da auf einen Nenner zu kommen, wer der coolste Dinosaurier ist. Trotz allem ist der Tyrannosaurus Rex, meine ich, mitunter das imposanteste am allerersten Jurassic Park Film. Wir sehen den Triceratops. Den sehen wir, glaube ich, sogar vom Tyrannosaurus. Und damit ist die chronologische Reihenfolge jetzt auch für die Katz. Aber den sehen wir natürlich auch noch, wie er eben dann krank da mitten im Gebüsch liegt und dann von Dr. Harding, dem Vater von Sarah Harding, verarztet wird. Kleines Easter Egg am Rande. Ja, das ist der Vater von Sarah Harding. Er wird im Videospiel, das offiziell nicht Kanon ist, wird auch ganz klar darauf eingegangen. Aber auch in den Filmen soll das hier offiziell der Vater von Sarah Harding sein. Ist ein ganz nettes Easter Egg. Natürlich dürfen wir auch nicht unsere kleinen Flitzebögen vergessen. Die Galimimus. Die sehen wir ja dann auch relativ in der Mitte des Filmes, wo dann einer vom Tyrannosaurus Rex gefressen wird. Und das sind so die Saurier-Arten, die wir im Jurassic Park-Film sehen. Ich betone immer wieder Film ganz deutlich, weil ich weiß, im Buch sind es offiziell 15 verschiedene Arten gewesen. Im Film haben wir eben nur die gesehen, die ich jetzt eben gerade aufgezählt habe. Brachiosaurus, Parasaurolophus, Velociraptor, Dilophosaurus, Tyrannosaurus Rex, Triceratops und eben den Galimimus. Dass in dem Video aber darum geht, wie er Jurassic Park ausgesehen hätte, wenn John Hammond es geschafft hätte, den Park unter Kontrolle zu halten und eben vielleicht nicht Dennis Nedry eingestellt hätte, müssen wir uns jetzt aber auch mal anschauen, welche Saurier-Arten noch im Park hätten vorkommen können. Und da gibt es offizielle Fakten dazu, die wir sogar im Film selber betrachten können. Ihr werdet euch noch an die Stelle erinnern, in der Dennis Nedry die Embryos stehlen will. Dann zieht er diese Behälter hoch. Man sieht dann da verschiedene Saurier-Namen draufstehen. Abgesehen davon, dass hier einige Namen einfach Rechtschreibfehler drauf haben, können wir hier genau sehen, welche Saurier-Arten noch im Film hätten vorkommen sollen, beziehungsweise welche Saurier-Arten noch im Jurassic Park hätten weiter existieren sollen. Neben den Embryos von Tyrannosaurus Rex und Galimimus packt Dennis Nedry da nämlich auch weitere Embryozellen aus, wie zum Beispiel die vom Stegosaurus. Und der Stegosaurus ist ja offiziell Teil der Jurassic Park-Reihe. Ab Jurassic Park 2 ist er zumindest offiziell in der Filmgeschichte mit dabei. Und naja, wir wissen ja, dass auf der Isla Sorna die Saurier ausgebrütet wurden und dann eben auf der Isla Nubla ausgestellt wurden für die Zuschauer. Was ich mich jetzt allerdings frage ist, wenn die Saurier auf Isla Sorna geschaffen wurden, warum sind dann die Embryos auf Nubla, werden die erst auf Nubla entwickelt, dann nach Sorna geschafft und dann von Sorna aus fertig ausgebrütet, wieder auf die Isla Nubla zurück. Ist das wirklich logistisch? Clever? Ich weiß es nicht. Schreibt mir deine Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare, vielleicht weißt du da mehr als ich. Des Weiteren haben wir auf der Liste der zu klonenden Dinosaurier auch noch den Metriacanthosaurus. Davon habe ich vorher noch nichts gehört, aber ich habe dir mal ein Bild eingeblendet. Sieht ziemlich cool aus, das Tier. Und ich meine, der war sogar Teil von Jurassic Park Warped gewesen. Der Dinosaurier sollte auch früher oder später Teil des Jurassic Parks werden. Dann habe ich hier noch offizielle Dokumente von euch, die man aus einer Zeitschrift herausnehmen konnte. Denn da waren auch noch bestimmte Fakten zu Dinosauriern gegeben, die im Jurassic Park erscheinen sollten. Und da kann man ganz deutlich oben sehen, dass der Baryonyx ein Teil des Jurassic Parks sein sollte. Und auch das finde ich wieder interessant, denn auch den haben wir später in Jurassic World bekommen. Trollen wir die Zeitschrift mal ein bisschen weiter hoch, sehen wir dann auch einen Dinosaurier, der sich Caryntosaurus nennt. Das ist der Knabe hier. Und auch der hätte früher oder später im Jurassic Park auftauchen sollen. Ihr merkt also schon, John Hammond hatte bereits im Hinterkopf eine wesentlich größere Palette an Dinosauriern geplant, als die, die wir in Jurassic Park bisher sehen können. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Saurier auch zum Zeitpunkt von Jurassic Park 1 noch nicht auf der Insel gewesen sind, sondern die wären dann eben erst nach und nach geschaffen worden oder vielleicht von Saurna nach Nubla verschifft worden, wenn der Park eben ein Go bekommen hätte, was eben nicht der Fall war. Des Weiteren gibt es auch ganz klare Indizien dazu, dass der Jurassic Park einen Vogelkäfig beinhalten sollte, ähnlich wie wir ihn auch in Jurassic Park 3 sehen. Das Indiz entdeckt ihr, wenn ihr euch die Lunch-Talk-Szene mal anguckt, also die Szene, in der unsere Figuren beim Mittagessen sitzen. Für mich eine der besten Szenen des gesamten Jurassic-Franchise. Und man dann eben darüber diskutiert, warum ist es cool, Saurier zu züchten, warum ist es nicht cool. Und beide Seiten haben irgendwie ganz plausible Erklärungen für ihre Argumente. Schauen wir uns dann mal jetzt auf diesem Bild hier hinten rechts in der Ecke das Bild an. Da sehen wir ein seltsames Gebäude. Dieses Gebäude ist auf Jurassic Wiki als Birdcage hinterlegt. Jurassic Wiki gibt hier zwar keine weiteren offiziellen Quellen an, dazu muss ich aber sagen, dass die Seite in der Regel immer die offiziellen Quellen wiedergibt. Aber ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe meine Browser-Time Machine erneut angeschmissen und habe mal geschaut, ob wir da vielleicht auf älteren offiziellen Seiten etwas finden können. Und siehe da, tatsächlich, dieses Bild hier wurde als Birdcage betitelt. Also das ist auf jeden Fall der ursprüngliche Plan eines Vogelkäfigs. Auch hier können wir davon ausgehen, dass der noch nicht im Jurassic Park enthalten war, weil das hier noch sehr aussieht wie eine Konzeptzeichnung. Und ja, anscheinend sollte es auch Flugsaurier geben. Ich nehme jetzt mal an, Terranodons sind ja die bekanntesten Flugsaurier, Flugsaurier, die mir jetzt einfallen würden. Auch die hätten früher oder später ihren Weg in den Jurassic Park finden sollen. Finde ich eine sehr interessante Sache und ich bin immer mehr dafür. Gebt uns einen Film, einen Was wäre, wenn der Jurassic Park eröffnet worden wäre, Finn. Nehmen wir uns nochmal dieselbe Szene und schauen mal das Bild in der Mitte an. Das sieht doch sehr stark nach einer Attraktion aus, die wir auch schon in Jurassic World gesehen haben, nämlich die Kanufahrt. Und auch hier gibt es Fan-Theorien, dass wir Heißluftballonfahrten bekommen hätten, dass wir auch wie in Jurassic World eben die Kanufahrt bekommen hätten. Wir hätten sehr wahrscheinlich Achterbahnen bekommen oder wie so eine Art Geisterbahn durch die verschiedenen Dinosauriergehege durch zu Sauriern eben, die uns jetzt nicht unbedingt fressen würden. Also auch da wären auf jeden Fall sehr viele Attraktionen zustande gekommen. Und wie gesagt, Triton hat ja selber behauptet, der Jurassic Park wäre eine Mischung aus Zoo und Freizeitpark geworden. Von daher wäre eigentlich alles möglich, was wir auch so aus unseren heutigen Freizeitparks kennen. Wie artengerecht es natürlich für einen T-Rex wäre, wenn da jetzt am Tag 60 mal eine Achterbahn über seinem Schädel drüber brettert, ey, da kann man jetzt drüber diskutieren und hier ein bisschen aktivistisch vorgehen. Aber im Endeffekt, naja, wäre das wahrscheinlich am Ende im Jurassic Park genau der Fall gewesen. Stellen wir uns jetzt mal vor, das wäre auch genauso passiert. Der Jurassic Park hätte funktioniert. Die Helden Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm und die ganze Gruppe hätte den Park abgesägt und John Hammond hätte den Park so sicher gemacht, dass einfach nichts hätte schief gehen können und der Park wäre ein halbes Jahr später eröffnet worden. Die Zuschauer wären reingestürmt, das wäre ein Milliardenunternehmen geworden. Und plötzlich hätte man sich dann Gedanken drüber gemacht, okay, wir müssen jetzt expandieren. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir auf dem Globus vielleicht noch mehr Jurassic Parks bauen. Genau, das war der offizielle Plan gewesen. Und auch hier gibt es offizielle Hinweise, die uns zeigen, dass John Hammond schon vor der Eröffnung des Jurassic Parks auf der Isla Nubla geplant hatte, einen zweiten Park zu bauen. Wo genau das ist, das können wir nicht sagen. Aber schauen wir uns die Szene mal hier oben an und gucken, was wir hinter Ellie sehen können. Den Schriftzug Jurassic Park Europe. Ja, John Hammond wollte einen Jurassic Park in Europa bauen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Jurassic Park Park geöffnet worden wäre, dass dieser enorm expandiert wäre in alle möglichen Länder, die wäre sehr wahrscheinlich. Und das wäre sehr wahrscheinlich sogar noch größer geworden als Universal Studios, als alles Mögliche, was wir bisher kennen. Und das hätte ganz böse Folgen haben können. Was wir jetzt in Jurassic Park oder auch in Jurassic World sehen, das sind die Ereignisse, die passieren aufgrund eines Schmetterlingseffekts. Die Chaos-Theorie, das passiert, weil das, 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 alles ist sehr unvorhersehbar und greift wie Zahnräder ineinander. Und am Endeffekt, nur weil Jurassic Park 1 passiert ist, sind Jurassic World Dominion ja im Endeffekt diese Katastrophe entstanden. Jetzt stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn John Hammond wirklich global überall auf der Welt Jurassic Parks errichtet hätte und dann gäbe es Leute, die das Ganze sabotiert hätten. Das auf jeden Fall sind alle Fakten und Gerüchte, die ich euch jetzt hier präsentieren kann. Das wäre so passiert, wenn der Jurassic Park geöffnet worden wäre. Wir hätten wesentlich mehr Dinosaurier bekommen. Logisch, wir hätten Fahrattraktionen bekommen und der Jurassic Park wäre enorm expandiert in verschiedene Länder auf der gesamten Welt. Wie ist deine Meinung dazu? Würdest du den Jurassic Park gerne besuchen, wenn er real wäre? Ich definitiv ja. Was wären deine Bedenken dabei, wenn sowas in unserer echten Welt passieren würde? Ich bin sehr auf deine Kommentare gespannt und würde einfach sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann.